Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Stehpulte. Damit ihr das beste Modell für euch finden könnt, werden wir euch drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Wir werden euch die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen der Stehpulte nennen. Wenn ihr dann aber selbst noch mehr zu den Modellen erfahren oder sie auch eventuell bestellen wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Wir haben euch dort alle drei Stehpulte zusätzlich auch nochmal verlinkt. Starten wir nun mit dem ersten Modell und hier handelt es sich um das Audiovisual Direct Redner Stehpult. Dieses Modell besitzt eine Abmessung von 1,14 Meter in der Höhe und 58 Zentimeter in der Breite. Es handelt sich hier um ein relativ klassisches Rednerpult, welches sowohl ein relativ elegantes Design besitzt, als auch sehr praktisch ist. Für die Praktikabilität sorgt hier zunächst erst einmal die abgeschrägte Laptop- bzw. Skriptablage. Diese ist abgewinkelt und ermöglicht so einen guten Zugriff auf das Lesematerial bzw. auch auf einen Laptop. Zudem befindet sich darunter noch eine kleine Ablage zum Verstauen von wichtigen Utensilien. Möchte man das Modell zum Arbeiten benutzen, kann man hier beispielsweise auch essen oder trinken sowie eventuell eine Tastatur ablegen. Sehr praktisch ist auch die Leichtbauweise des Modells. Es besteht zwar aus einem robusten Stahlrahmen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung, ist dabei aber trotzdem noch sehr leicht und durch die integrierten, auch feststellbaren Transportrollen auf eine hohe Mobilität ausgerichtet. So kann man seinen Arbeitsplatz bzw. seinen Redeplatz wahlweise verschieben. Wer vor allem auf der Suche nach einem Rednerstehpult mit Ablage war, der ist beim Audiovisual Modell vermutlich am besten aufgehoben. Mehr Infos zum Modell erfahrt ihr an erster Stelle in der Videobeschreibung. Das nächste Modell, das wir euch vorstellen wollen, ist ebenfalls ein Rednerpult. Es handelt sich um das Modell von Stand-Up-Desk. Dieses Modell eignet sich sowohl zum Reden halten als auch unserer Meinung nach wunderbar zum Arbeiten. Es besitzt nämlich eine breite 65 cm Tischplatte und die ein oder andere Sonderfunktion. Das Modell ist erst einmal zwischen 71 und 108 cm Höhenverstellbar und so sehr gut an die eigene Körpergröße und den aktuellen Arbeitseinsatz anpassbar. Diese Höhenverstellung erfolgt hier über eine Pneumatik und das Einsäulendesign des Modells spart eine Menge Platz und reduziert auch das Gewicht. In Kombination mit den integrierten Transportrollen und Gummifüßen wird hier auch ein super Transport ermöglicht, wobei trotzdem jederzeit eine maximale Stabilität garantiert bleibt. Die hochwertige Aluminium-Stahlkonstruktion des Modells bietet die perfekte Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und damit einer starken Stabilität sowie auch einer Leichtbauweise, durch die das Modell einfach verschoben werden kann. Also egal ob Arbeiten im Sitzen oder Stehen oder auch Vorträge halten, all das wird mit dem klassischen Modell von Stand-Desk möglich. Mehr Infos erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes möchten wir euch noch das Multifunktions-Stehpult von Relaxdays vorstellen. Das Modell besitzt eine Standfläche von 78 x 73 cm und eine große Arbeitsfläche von 38 x 73 cm. Dieses Modell ist aber auch in der Höhe verstellbar. Zwischen 87 und sehr hohen 135 cm kann man dieses Modell verstellen. Das Besondere ist hier die Form. Durch die Aussparung in der Mitte kann man das Modell auch beispielsweise in Kombination mit einem Ergometer oder beispielsweise einem Walking Pad verwenden und so beim Arbeiten auch gleichzeitig Sport treiben. Durch die Höhenverstellung sowie die Möglichkeit das Modell auch durch die Transportrollen sehr leicht verschieben zu können, eignet es sich aber auch super als mobiler Arbeitsplatz oder beispielsweise als Rednerpult. Die Arbeitsfläche an sich, also die Tischplatte, ist dabei vollgummiert und ermöglicht es, Laptops, Taschen oder weitere Arbeitsutensilien problemlos abzustellen. Zudem besitzt es Aussparungen für beispielsweise ein Tablet oder Smartphone sowie auch zwei Getränkehalter. Zu guter Letzt sind hier auch Öffnungen für Kabel dabei, sodass man beim Arbeiten beispielsweise gleich sein Laptop oder auch sein Smartphone aufladen kann. Insgesamt ist das Modell also auf eine extrem starke Praktikabilität und Flexibilität ausgerichtet. Für wen dieses Modell die richtige Wahl ist, der kann sich zum Relax Days Modell noch weiter über den dritten Link in der Videobeschreibung informieren. Das war es nun aber erstmal von uns und unserer Vorstellung. Hoffentlich konntet ihr das richtige Stehpult für eure Ansprüche finden. Nun könnt ihr alles weitere noch über die Links in der Videobeschreibung auschecken. Dort findet ihr wie gesagt alles mit auch den tagesaktuellen Preisen verlinkt. Und schreibt uns doch auch gerne mal für welches Modell ihr euch letztendlich entschieden habt. Das würde uns noch sehr interessieren, also schreibt gerne einen Kommentar und damit viel Spaß mit eurem neuen Stehpult.